Im Videomodus gehört das Servo AF zum Standard. Dieser ist vom Start an aktiviert. Neu ist, dass man die Motiverkennung anpassen kann. So ist es möglich, Objekte zu priorisieren und folgend nachzuführen oder sie zu erkennen und bei Verlassen des Motivs aus dem Bild den Fokus nicht weiter nachzuführen. Für die Objekterkennung bietet sich der gesamte AF-Bereich an. Hier erkennt die Kamera die voreingestellte Priorität, zum Beispiel Personen, Tiere oder Fahrzeuge. Der Fokus startet immer auf dem zur Kamera nächstgelegenen Objekt. Mit dem Joystick kann in Pfeilrichtung auf weitere erkannte Objekte gewechselt werden, wie zum Beispiel von einem Gesicht zum nächsten. Alternativ kann auch der Touchscreen verwendet werden. Hier ist es auch möglich, andere Objekte zu selektieren, die nicht Personen, Tiere oder Fahrzeuge sind. Die Kamera versucht der Form des Objekts zu folgen. Der Fokus kann auch wie im Fotomodus in einzelnen Bereichen ausgewählt werden, wobei die Objekterkennung nur in diesem Feld stattfindet. Im neuen grünen Menü gibt es die Möglichkeit, den Auslöser zweistufig halb bzw. voll zu drücken. Bei halb gedrückt ist es möglich, den Movie Servo AF zu starten, solange dieser halb gedrückt bleibt. Alternativ ist auch der One-Shot zur Schärfespeicherung verfügbar. Durch Drücken des Auslösers startet und stoppt man die Aufnahme. Achtung, der Movie Servo AF muss dazu im AF Menü deaktiviert werden. Unter dem grünen Menü ist es ebenfalls möglich, Funktionen, die den AF Steuern auf Tasten zu legen, wie zum Beispiel Movie Servo AF unterbrechen. Das meine bevorzugte Art den Fokus zu steuern. Somit kann ich jederzeit den AF starten und stoppen und wenn nötig manuell eingreifen. Auch Motiverkennung mit Prio lässt sich auf eine Taste mit ein oder aus belegen.